Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Battlefield 4 So jetzt hab ich besser, sorry Musste aber noch was trinken zwischendurch Es geht noch weiter mit Goldmuth-Bahn Diesmal bin ich im Gegner-Team, weil Den Navy Seal Sniper z.B. kennen wir noch Als dieses Squad Weil ich einfach nicht Zweimal Angreifer spielen will Und nie den äh Zweimal Verteidiger und nie den Angreifer, so ist das Deshalb Habe ich das Team geswitcht Ja, da switche ich halt Die anderen spielen jetzt noch was Angreifer, das wundert mich Eigentlich schon Ob das absichtlich so ist, oder Boah, nicht ganz Horst Hildo ist im T90A Es passt ja zu ihm Da draussen Gehe da natürlich mit Besser auf seiner Seite Ah ja, die Waffe könnte ich auch mal wechseln Eigentlich So, erstmal Granate runter Es war nichts da Ok Ok Ich breite dich runter Aktiviere dich mal So Jetzt sind sie fast chancenlos Nicht ganz natürlich Aber fast Boah Der ist gestorben Scheisse Der ist gestorben, Scheisse Scheisse Das war's nicht Ja Der hat noch was So, komm So, der ist weg Da muss aber noch einer sein Ah Der Nein, du Sack Wieso konnte ich denn den nicht treffen Gut, da war ich grad schon wieder tot Aha Die Gegner Sind diesmal sehr gut aufgestellt Sind diesmal sehr gut aufgestellt Oh komm, das sollten wir doch schaffen A und B Kann's ja jetzt nicht sein Ja Wir haben halt den Panzer verloren Wenn man's so sieht Ich höre da aber einen Ah, das ist Das kann's ja nicht sein, oder? Ist der Horrorstil nur einfach ausgestiegen, oder was? Der fährt da Amok einfach so rum Ah Deshalb hat der auch 10 Kills Ist ja klar Der ist voll Aha Das ist ein cooler Effekt hier Boah Das sah geil aus Wieder mal ein geiler Effekt Muss ich sagen Auch wenn ihr nicht Auch wenn ich nicht den gesprengt habe Boah, jetzt Knocken die uns aber aus hier Was wollen wir denn da noch machen? Wir haben noch 200 Tickets Das reicht eigentlich schon noch Aber wenn die uns bis hier zurückdrängen Ja, dann Scheisse Versuche ich mal was Ich muss schnell schauen, ob das geht Ok, er will nicht mitkommen So Der ist leider In die Luft gegangen Ich kam nicht ganz durch Boah, jetzt bin ich wieder ein Sniper Ich bin gleich weg Ja Ich kam nicht ganz durch Denn jetzt müssen wir von der Seite kommen Eigentlich Ja Das nützt auch nicht so viel Das da Vielleicht Ne, da bist du auch wieder offen Gut, vielleicht sieht der da oben uns nicht gerade Komm sofort hierher Er kann gar nicht auf uns schiessen momentan Okay Ich hab Sichtkontakt zu dem feindlichen Mg Schützen Weggezober Ich sage mal Entstellung Der andere lebt noch he Der andere lebt noch he So, der ist weg Der ist weg Aber ich dachte, gehst du besser auf die Position? Ging leider nicht. Ich bin ein bisschen ratlos, weil das Team überhaupt nicht mitzieht. Hätte ich besser mal nicht als Team gewechselt, hätten wir eine super Verteidiger-Runde gehabt. So wie man das hier sieht. Ja, ich weiss nicht. Der Panzer ist zwar durch, aber der wird mich gleich holen. Ja, genau. Der Samuel Jan. Der hat auch das Team gewechselt. So, diesmal andere Seite. Weil der Panzer steht ja sowieso da. So, hier. Und jetzt gleich voll rein, wenn es geht. Wir greifen jetzt das Einsatzziel an. So, scharf machen. Verteilen. Oh, da kommt schon einer an und meine Teamkaraten sind tot. Super. Oh nein. Ich habe es immerhin scharf gemacht, deshalb bin ich jetzt Erster. Der kommt da auch noch runter. Hä? Wo ist es? Nochmals. Immer schön scharf machen, dann kommen die nämlich zurück. Dann kann das Team ein bisschen aufrücken. Also ja, sie kriegen einfach ein bisschen Angst, da hinten ist was. Auch wenn sie es natürlich sofort wieder entschärfen. Oh, alle tot. Schade. So. Machst du nicht? Ich würde dich reparieren, wenn du stehen bleiben würdest. Oh, der Samuel Jahn schon wieder im Panzer drin. Noch 130 Tickets. So, langsam kann man es ganz echt abstreichen. Sind sie schon beim ersten Stein. Mal schauen, was die im Chat so schreiben. Aha. Okay, interessant. Der stirbt gleich wieder. Ja, genau. So, jetzt würde ich gerne den Panzer hoch nehmen. Und wenn das nicht klappt, wollte ich sagen, nehme ich einen Sniper mit. So, jetzt kommt der Fabian Profi-Sniper-Skill hervor. Weil, ja, jetzt reicht es mir eigentlich. Präzisionsgewehr hat das JNG. Vielleicht. Nehm ich Hand schon. So, runter. Hier. Natürlich ist es mal hier. Genau das grösste Ziel. Wahrscheinlich. Oh, fast. Oh. Das bewundert einen ja gar nicht mehr. Wenn das so runterfällt. Man stirbt ja sowieso. Ne, aber so kann es eigentlich auch nicht gehen. Alle auf den Panzer drauf. Irgendeiner schafft sich schon nicht. Es sind sogar zwei. Ah. Die haben sogar noch den anderen gewonnen. Ja, der ist immer noch mit dem Panzer. Er hat schon 22 Kills gemacht. Der Panzer ist natürlich schon wieder voll. Der wird gleich verrecken hier. Ich könnte dem ja mal helfen. Dann fliegt noch eine Drohne rum. So. Bleib hier. So. Panzer ist vielleicht. Ne. Ist nicht abgelenkt. Natürlich nicht. Wieso auch. Ah. Er kann auch nicht schießen. Also. Was ich einfach noch will. Ich möchte auf Rang 1 sein. Zwar. Ist jetzt vielleicht nicht ein grosses Ziel bei dem Team. So. Jetzt endlich einmal getroffen. Aber ich muss trotzdem noch ein paar Punkte machen. Ah. Der fährt ja wieder mal. Taktisch einfach so klug. Oh. Konsole. Das hat mich natürlich noch ein paar Sekunden gekostet. Die ich jetzt hier verliere. Der ist auch so einfach ein so guter Schütze. Der. Ich hole noch was in den Wagen unten. Ich hole noch was in den Wagen unten. Ah. Der Wagen ist da hinten. Ah. 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 wenn der nur auf mich gehen würde. Die haben alle so einen hohen Rang. Und bei uns sind es nur noch 15 Spieler, die sich hier abwürgen. Deshalb geht es auch so lange. Weil eben nicht mehr so viele sterben. Also das ist die grösste Schippe seit langem wieder mal. Ja jetzt gibt es noch einen Befehl dieser Lori da. So, du fragst dringend eine Reparatur. So, jetzt ist er wieder 100. So, drauf komm schon. Ja. Ne, den habe ich gar nicht gesehen. Wir können uns nicht mal mehr hier sicher aufhalten. Denn schon hier wirst du einfach nur niedergemetzelt. Ich habe noch 200 Punkte Vorsprung. Es sind noch 36 Tickets. Ich muss noch ein paar Punkte machen. Oh, wo bin ich denn jetzt gespawnt? Ist gar nicht schlecht da. Drauf, so. Boah. Ah, der war eigentlich im Weg. Ozan, pass. Der hat auch noch einen Panzer. Oder war das der Beifahrer vielleicht. Kann auch so. Vielleicht gibt es da noch einen Kill. Da, ja. Schön. Der Kill seit langem. Comeback-Bonus 120. Das ist natürlich die richtige Leistung. Der ist schon wieder weg. Hat alle umgelegt. Jetzt ist er wieder weg. Auch mich wird so geschossen, da... Ich kann das gar nicht lange überleben hier. So. Runter. Und da haben wir verloren. Ja. Da sieht man, wenn man keinen Punkt macht, braucht man 16 Minuten. Nur um alle Tickets runterzubringen. Ich hoffe, ich bin noch Erster. Denn dann kann ich sagen, also ich habe gekämpft, wie ich nur konnte. Hehehe. Battle Pack. Oh ja. Zum Glück habe ich den Booster nicht aktiviert. Genau, ich bin noch Erster. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich werde den Server, glaube ich, wechseln. Denn... Anders geht es hier nicht mehr. Habe hier nicht mehr die grosse Lust. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.